Hallihallo, ich freue mich gerade über die zuverlässige weitere Lieferung von unserem Lieferanten Lettec an LED-Wandmaterial. Wir haben gestern in Freiburg für die Münsterplatz-Konzerte eine 9x5 Meter große Wand gebaut. Es sind noch etliche weitere Veranstaltungen diese Woche, deshalb ist es mega, dass das Material alles pünktlich da ist. Das geht jetzt noch in die Aufbereitung, wird noch gelabelt, die Cases werden noch beschriftet und dann geht es schon wieder auf die Straße. Hey, macht es alle gut, habt Spaß an allem, was ihr macht. Wir haben ihn auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss!